Dieser Mann hat eine schwere Krankheit, er hat einen Zitteranfall und kann deshalb nicht essen, doch was jetzt passiert ist einfach zu krass. Eine Frau geht neben ihm vorbei und guckt schon komisch, doch dieses andere Mädchen lacht ihn einfach aus und ihre Freundin findet das überhaupt nicht okay und was sie jetzt macht ist einfach zu krass. Sie steht auf, geht hinüber zu dem Kollegen und alle anderen Leute schauen schon hinüber, richtig blöd. Sie setzt sich erstmal zu ihm, beruhigt den ersten Mal und ist richtig nett zu ihm und gibt ihm sogar was zum Essen. Der Mann ist überglücklich und freut sich richtig. Leute, habt ihr auch so ein gutes Herz?